ja willkommen zu einem zu einem weiteren Video von mir dieses mal ein kleines Let's Show World of Tanks wir sind jetzt aber bloß zu zweiteren unterdeckt das heißt der Zeitdokserweil einfach anklären sondern so und jahre man hat es so ein kleines Let's kurs darum geht es da man mir und so auf der Brücke da so kurschen gegenseitig der der als erstes runter fliegt er hat verloren wo bist du gerade ja ich fahr gerade auf sie zu ok ja ich zack mit dem ähhh wie heißt das Ding T2 Light Tank ist ein Premium Panzer ähhh ja warte ich dreh schnell um ist jetzt ein Level 2 Panzer ich hab zwar jetzt einen stärkeren aber ich bin jetzt nicht der große W.A.T. Spieler so wo bist du ich bin schon wieder rein ich bin anlauf man mag er haben auf der Ersatz geht zu der Ehre um Schnelligkeit und um Rampfähigkeit zu tun er wird zum ersten Mann es losgeht ja mir ist egal sagt du die ist egal 1 2 3 vollgas wo bist du wo bist du ich bin irgendwie zu langsam glaube ich da haben wir jetzt auch gerade gedacht irgendwie oh da kommt er da kommt er hehehe ich hab die gleich ich hab die gleich ich hab die gleich ich verfiss dich wow ahhh Hilfe ich kann mich lenken der Fahrer ist geliefert die Steuerung reagiert nicht mehr hahaha leck mich nein volltreffer volltreffer ahhh der Fahrer ist geliefert bei mir ist jeder hier ja nie bei mir ist mein Turm im Arsch hehehe nein ich hab deine Turm im Arsch hehehe war jetzt geil machen wir auf alle Fälle nochmal oder ab wann hast du oh man so und gleich nochmal start oder ja mega ja dann muss jetzt die Aufnahme nicht beenden hehehe aber ich starte nochmal neu wenn wir wieder drin sind so wir sind wir schon in der nächsten Runde ich wollte euch jetzt bloß die kurze Wartezeit ja 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 ersparen diesmal mit dem T1 Heavy mit mir am Steuer kann ich ja auch schon mal nix werden Standorten IS 8 is a level 9 I am 5 kann es interessant werden ja wenn wir auf alle Fälle gleich mal voll drauf losfahren ja ich natürlich full speed 4 km h meiner Geld also wenn er wirklich warm läuft 40 ja ich kann 10 fahren ha na 20 oder 30 20 ich bin auf 20 km h 21 21 23 24 ha 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 naja man mag ja nicht zu viel verlangen gell nein so ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen länger unterwegs es ist jetzt auf der Brücke ja ah nein ich bin auf 30 km h so schauen wir mal nebenbei in youtube mal schauen was so los ist das Video werde auf alle Fälle heute noch rausgekommen unser Let's Crash genau und jetzt wird die man das kann erwähnen das am Sonntag 17 Uhr livestream ist Prozent wo es jetzt nicht mehr gesorgt wird welcher welcher dieser Sonntag ja Datum wo wo ich mein Handy ja ja scheiße in Ferien sein gell ja ich will mal so am Montag arbeiten also warte mal ganz kurz ich schau schnell muss das der zweite sein ah na 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 obwohl ja der zweite ist das am zweiten 17 Uhr ist Livestream das mal funktioniert hoffentlich so ich race jetzt einfach mal voll boah das ist unfair nicht schießen ich hab absichtlich vorbeigeschlossen nein 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 bereit zu feiern warm voll drauf voll drauf warm nein nein ich schieb die ich schieb die schon nein wir machen geradeaus fahren haha schnell weg nehmen wir nochmal den Schwung oder man da fahrt mir einfach nahe hin haha so wenden 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 der wenden 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 in in Es ist immer der Entkommen. Ja. Ziele verloren. Ist deine eigenen Körperfälle? Ja. Schaut nicht so aus als würdest du das heute noch rumreißen. Meinst du? Ja. Verlöst. Wieso fasst du? Ich fahr rückwärts mal... Alter, schummel nicht! Einfach vollgas drauf! Weg runter! Es wäre jetzt so scheiße, dass du einen kleinen Teil... Nein, jetzt wärst du fast runter! Tja... Scheisse... Hey! Ich weiß ja sowieso, dass du abgeholt hast... Ohhhh... Unfeil... Ahahaha... Unentschieden, oder? Ahahaha... Ja, ist rantergefallen! Äh... Fühl, Lache war jetzt immer so richtig kräftig... Ja, und das war's schon wieder mit unserem kurzen Let's Crash World of Tanks... Ich hoffe, ihr seid's, wenn im nächsten Video auch wieder dabei ist, ist dann Far Cry wieder... Und ja, bis zum nächsten Mal, bis dann!